Was geht ab ihr geheimen Dubspros? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Mit dabei ist wieder Dartscheibe. BV diesmal nicht, denn er musste sich leider verabschieden. Und wir spielen nochmal den 50 gegen 50 Modus. Da kommt auf jeden Fall jemand runter, da vorne links. Ich lande mit bei dir. Hast du früher immer gesagt, wenn einer nicht da war, der ist noch im Klo. Ja, irgendwie sowas war das. Achso, Leute, das ist ein Kollege hier. Ja, das war ja sehr sparsam. Alter, aber mir war nichts. Ekelhaft. Ich habe eine grüne Schuss bekommen. Nice. Ah, ich habe die Schall gedämpft. Das war irgendwie vorbei. Oh, da kommt mir einer entgegen. Na, oder? Nö. Hier bei den Häusern ist auch noch einer. Mindestens einer. Ansonsten Standardhäusern da. Da hatte leider nichts, der Boy. Was ist das gerade für ein Auto-Amen hier? Oh. Oh, ein 43er Headshot. Ich habe halt nur eine Shotgun. Da hat auch gerade einer auf Shotgun gewechselt. Wow. Oh, Leute, das ist ein Tinko. Ja. Ich habe nur noch 15 Schuss. Okay, Moment mal. Unten rechts wird mir angezeigt, ich habe nur noch 14 Schuss. Und hier, mit dem Bildschirm wurde mir angezeigt, ich habe 15 Schuss. Okay. Jawohl, ey. Alles klar, ich muss in den Nahkampf. Geiler Tipp. Ich habe ihn damit niedergestreckt, den Ficker, Alter. Du Opfer. Einfach bester Kill ever. Ja. Ah. Baut uns hier ab? Du baut doch einer ab. Äh. Ja, war ein Kollege. Ähm. Such Snipermonie. Äh, Moment, kann ich gleich gucken. Ups. Ja. Ja, hoppala. Äh, so. Äh, brauchst du noch ein Sturmgewehr? Ich kann dir ein M16 noch geben. Ähm, jo, egal. Bitte? So. Äh, äh. Na, die hat nun leider keinen Mund. Aber egal, ich habe noch eine Schalte drin. Und eine Smilefone, Schalte drin. Passt du doch noch? Ähm, irgendwie... Das Ding ist halt, wenn man zu vielen ist, dann looten die halt alles. Ja, wir haben den Kampf halt richtig gut gewonnen, aber... Naja, ich habe eine grüne M16 mit 78 Schuss. Ich habe eine Schallgedämpfte mit 12 Schuss und eine Scheißgun. Und eine reichlich Schuss bei der Schnee. Vielleicht finden wir hier noch was. Ich glaube, Teameschuss kann sein, dass Teameschuss nur, wenn man auf dem Boden liegt, auch. Das weiß ich nicht. Also irgendjemand hatte, letzte Folge war das, glaube ich, auf mich geschossen, auf jeden Fall, als ich auf dem Boden lag. Und da habe ich keinen Damage bekommen. Ich habe gerade erst mal die Munition geklaut von den Kollegen hier drin. Nice! An dieser Stelle. Hoffentlich sieht er dieses Video. Das wäre so hammerlustig. Äh, auf einmal in den Kommentaren. Yo, ihr habt mir die Muni geklaut, ihr Wichser. Ja, er macht sich nochmal einen Fake-Account. Er hat ja eh schon 5000, dann macht es einer mehr auch nicht mehr. Dann macht es einer mehr auch nicht mehr. Das war auch mal wieder ein Satz der deutschen Qualitäts-Offensive. Oh, ich habe noch eine Grüne M16 für dich, die ich dir gleich geben kann. Oh, ich habe noch eine Kiste, die ich mir snaggen will. Wie hat denn die offen? Wow! Das hat nicht funktioniert. Dann machen wir es halt auf den harten Weg. Hard auf den halten Weg, genau. Jeder weiß, was der Typ von euch will. Jo, Kiste. Wow! Das war auch wieder eine richtig geile Kiste. Die war einfach awesome. Also, ich habe noch eine Grüne M16, die ich dir gleich abdrücken kann. Hi! So. 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 Oh, äh, Westen. Oh, 62er Schüttel, du Fotze. Einen habe ich nieder. Nice. Da sind mindestens noch zwei. Oh, 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 oh! Habe ich gerade das Aiming, ey! Da ist noch einer. Ja. Am liebsten würde ich mich rüberbauen. Das Problem ist, wenn ich mich rüberbaue, dann geht es sicherlich runter. Aber ich muss... Oh Gott, Zone! habe einen erdschild bekommen ich muss dahin weil ich hier ist noch eine tactical shotgun falls du die willst ich frage mal wieder wenn du welche habe ich leider nicht 24 schuss noch extra so das war doch ganz gut die haben wir ausgerottet 30 zu 21 sieht auf jeden fall ganz gut aus aber letzte folge haben wir ja auch schon hart getörnt da haben wir ja auch nur acht leute hinten können halt überall sein die strich ane ich weiß gar nicht ist jetzt schon der neue ort dazu gekommen mit dem update ne kommt wahrscheinlich die sah auf jeden fall auch ziemlich cool aus die stadt die neue okay worauf schießen die 280 270 da so oben am stein ist einer der rennt weg der rennt einfach weg golder wo rennen der hin doch mal kommen sie kommen sie mal zurück herr franzose kommen sie mal zurück im süden haben sich welche oben auf dem berg auch was gebaut einer 30 19 wie sie in dem boden gefickt werden okay ich glaube dieses video wird dem monetarisiert ja ich habe das auch immer bei rainbow ist auch immer hat dem monetarisiert momentan deswegen finde ich auch so wenig kohle das ist richtig scheiße das noch zur weihnachtszeit ja in den folgen habe ich glaube ich nicht mal was schlimmes gesagt aber wenn du es ist halt denke ich mal weil es halt hart gehen wir recht zum ballon wo ist der ballon ich sehe den ich komme auch mit ich sehe ich glaube da sind vollständig ach da hinten leu aber doch dann wieder ein grün links von mir wurde gerade geschossen dann gehen wir das der oben am berg der rennt hier unten rum da sind zwei ein habe ich da noch ein dauern vielleicht ist hier oben auf dem berg noch einer weil hier wurde hoch gebaut vorsichtig ja oben ist einer ganz oben drauf habe ich gerade gesehen da sind mehr glaube ich sogar dass man die am boden holen und dann da ist er da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht wo ist denn der andere hingekrochen da bin ich nicht Das kann gut sein. Ach, da ist er. Mensch, Freundchen. Oh, auf dem Berg. Brauchst du dich doch wirklich nicht verstecken. Geh in Deckung. Lass dich nicht abschießen. Ich hab keine Dinge. Ich geb dir Smoke. Komm her zu mir. Lauf. Komm her. Ich hab dir Smoke Deckung gegeben. Ich bin unter der... Nein. Ich bin in den Smoke. Lass Startscheibe in Ruhe. Ja. Bleib stehen. Oh, scheiße. Ich hab leider keinen Smoke mehr. Weiter ist gerade alles... Ja. Warum kann ich da nicht drauf bauen? Geht doch. So. Safe. Geh durch. Die werden ab... Oh, guck mal, ich losgehe. Au! Ähm. Scheiße. Leute, es steht 28 gegen 4. Guck dir mal die Minimapper an. Ja, ich bin gestorben. Ja, easy. Easy. Wie ich dich gesaved hab, Alter. Maschine. 28 haben wir noch am Leben gehabt. Guck mal, wie viel auf dem Berg waren. Ja, richtig easy. 28, glaub ich. Die Runden sind viel kürzer. Das ist eigentlich hammergut für so ein Video. Also, die sind ja nicht so ähnlich lang. Acht Kills. Wie viel hast du? Will ich nicht sagen. Null. Oh, okay. Ja, manchmal hat man halt so eine Runde, ne. Aber, machst du nichts. Machst du nichts. Das war wieder eine geile Runde. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich selber auch in Support freuen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss.